Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase empfängt der BVB im Spitzenspiel Atletico Madrid. Hier findet ihr alle Informationen zur Partie sowie ihrer Übertragung im TV und im Livestream. In der Bundesliga steht der BVB nach acht Spieltagen souverän auf dem ersten Platz. Gegen Atletico Madrid würde schon ein Unentschieden reichen, um auch in der Königsklasse Tabellenführer zu bleiben. Die Rui-Plancos sind jedoch alles andere als ein einfacher Gegner, auch wenn der fünfte Platz in der spanischen Liga noch nicht den eigenen Ansprüchen genügt. Champions-League-Wann und wo spielen der BVB und Atletico? Anpfiff der Partie ist heute Abend um 21 Uhr im Signal Iduna Park, der Heimspielstätte von Dortmund, die bei internationalen Spielen immerhin 66.099 Zuschauern Platz bietet. BVB gegen Atletico, Übertragung im TV, Livestream und Livesticker Das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen. Lediglich über den Pay-TV-Sender Sky habt ihr die Möglichkeit das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen. Ab 20.50 Uhr läuft das Spiel auf Sky Sport 2 HD, die Vorberichte beginnen jedoch schon um 19.30 Uhr. SkyGo bietet den Kunden des Senders zudem die Möglichkeit das Partie im Livestream zu verfolgen. In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte der Champions League. Sky zeigt an jedem Spieltag ein Spiel in voller Länge und dazu eine Konferenz aus allen Begegnungen der ZN hingegen die anderen sieben Spiele im Einzelspiel. Eine Übersicht über die Aufteilung der Spielen der Gruppenphase findet ihr hier. Zudem bietet Spox einen kostenlosen Live-Dicker zur Begegnung an. BVB gegen Atletico Die Statistiken bei den bisher ausgetragenen Duellen hat der BVB die Nase vorn. Die letzte Begegnung in der Champions League Gruppenphase 1996 entschied jedoch Atletico mit 2 zu 1 für sich. Begegnung in Gesamt 4 Siege Borussia Dortmund 2 Siege Atletico Madrid 1 Unentschieden 1 Torverhältnis 4 zu 3 UEFA Champions League Gruppe A mit dem BVB und Atletico 2 von 6 Spieltagen sind bereits absolviert. Die Ergebnisse und die Tabelle in der Gruppe A sehen wie folgt aus. FC Brügge BVB 0 zu 1 As Monaco Atletico Madrid 1 zu 2 BVB As Monaco 3 zu 0 Atletico Madrid FC Brügge 3 zu 1 Platz Teamspiele Torverhältnis Tor-Differenzpunkte 1 Borussia Dortmund 24 0462 Atletico Madrid 25 zu 2363 FC Brügge 21 zu 4 Minus 304 As Monaco 21 zu 5 Minus 40 UEFA Champions League Der Mittwoch mit BVBS 04 Barca und Liverpool mit Borussia Dortmund und Schalke 04 sind heute zwei der vier deutschen Teams aktiv. Uhrzeitgruppe Spielübertragung in Deutschland Leiftika 18.55 Uhr Ravtsprügge As Monaco Dessen Leiftika 18.55 Uhr BPSV Eindhoven Tottenham Hotspur Dessen Leiftika 21.00 Uhr Bravo Borussia Dortmund Atletico Madrid Leiftika 21.00 Uhr BFC Barcelona Inter Mailand Dessen Leiftika 21.00 Uhr CFC Liverpool Roter Stern Belgrad Dessen Leiftika 21.00 Uhr Paris Saint Dessen Leiftika 21.00 Uhr Dessen Leiftika 21.00 Uhr Gala Tassaray Istanbul FC Schalke 04 Dessen Leiftika 21.00 Uhr Lok Moskau FC Porte Dessen Leiftika Werbung Werbung Dessen Leiftika 21.000 Uhr B Ish Dessen Leiftika 21.00 Uhr Bnic Anfang